So, herzlich willkommen zurück zu Basti Zockt Mount & Blade. Wir haben uns jetzt erstmal... Ups, nein, wir haben uns nicht genug ausgerüstet, weil wir Nahrung brauchen. Deswegen gehen wir nochmal zum Marktplatz, zum Warenhändler und holen uns jetzt noch allerlei zu essen und zu trinken, wollte ich sagen. Aber es reicht nicht mehr alles. Das heißt, wir müssen zurück... Hallo, hallo, ich würde das hier gerne verlassen. Dann, äh, es fehlt euch an... Achso, ah, ja, ist klar, okay. Leute, wir brauchen eindeutig Geld. Das heißt, wir düsen hier mal kurz durch die Gegend und suchen nach Banditen, die wir bekämpfen können. Wir haben jetzt übrigens hier Kleti in unserem Druck, mit der können wir reden. Ausrüstung können wir dann hier alles machen. Sie ist hier ausgerüstet, wunderbar. Die werde ich demnächst anders ausrüsten. Aber jetzt schauen wir uns erstmal nach ein paar Banditen um. Äh, ja. Keine Ahnung, wo rennen die alle hier rum? Das gibt's ja wohl nicht. Äh, Banditis? Hallo? Ach ja, hier haben wir welche. Die Deserteure, die holen wir uns jetzt einfach mal. Ich hol sie mir nicht, du. Ah, okay, da holt sich die Plünderer und ich hol mir die Deserteure. Geht klar. Auf geht's, auf geht's. Hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir. Schna, 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 χa. Die kriegen wir doch noch. Los! Alter. Mann, die sind mir ein bisschen Zu schnell Das finde ich gerade nicht okay, ne Bleibt jetzt mal bitte stehen Aha, wieso Ja, sie sind kurz stehen geblieben Ey, ey, Mann, ich will euch doch nur Ich will euch doch nur besiegen So, komm, hol sie dir, hol sie dir Go, das ist ja noch Ne, sind sie wieder schneller Das ist doch echt ne Frechheit Die sind um 0, na, komm, da holen wir uns zuerst Die So, greift an Uh, uh, uh So, jetzt haben wir hier wieder Wir haben unsere, äh, ups Hallo, hallo, wir wollen hier lang So, unsere, ähm Unser Trupp hier haben wir aufgewertet Der hat jetzt, äh, glaube ich Landknecht, Schwertkämpfer Oder so, irgendwas in der Art Müsste ich nachgucken, wie ich letzte Folge Aufgewertet hab Meine zwei Reiter, die reiten schon mal vor Und die anderen chillen nebenbei Und kommen ganz gediegen hinterher So, komm, lass mich dich treffen Nein Nein, ich hab mein Pferd getroffen Hallo Jawohl Bäm Okay, okay, das wird was Oh, Tocke Halt, stopp, halt Ich hab einen getötet, wie geil Wuhu Komm, komm, komm Bleib mal hier Ja Nein, 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 nein Äh, ja, wir haben Nordjäger Sind das keine Bogenschützer Doch, das sind Bogenschützer eigentlich So, hier der letzte, denke ich mal Und wo ist er denn hin? Meine Güte, tötet ihn doch einfach Last Man Standing Oh nö Gekillt So Oh Die haben nur Nach, die haben nur so gedöhnt Äh, Moment So, zurückgeben Wunderbar Äh Ah, jetzt schnappen wir uns aber die Die will ich unbedingt haben Wo sind denn die hin? Die sind weg Nein Ziel verloren Wie geil Dass mir jetzt keiner mehr über den Weg läuft Die ich angreifen kann Na, finde ich etwas doof Ach, da sind sie, ja Jetzt sind sie wieder unsichtbar Nice Äh Ja, finde ich irgendwie nicht korrekt Äh Jo Weiß eigentlich nicht, was das soll Ach, hier Hier, hier Ist unser Fürst Surdun oder sowas Jetzt komm Hol sie dir jetzt mal Geh mal kurz nach Greif die Banditen an Ah Jetzt sind hier lauter Banditen in dem Dorf Und wir dürfen jetzt das Dorf verteidigen Finde ich auch ein geiler, äh Ein geiler Modus Sozusagen Wow 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 Ja, ja, ja Wow Hallo Leute Beschützt ihr mich mal bitte? Wow Hey, hey, hey Halt, 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 halt Ach, es sind noch Bauern, die uns zur Hilfe eilen Wie kommt eigentlich das Wagenrad dort hoch? Nein Okay, äh Wie das Ganze hier ohne mich läuft, finde ich schon mal sehr krass So, komm Komm her Ich treff die nie Ah Ach, das war mein eigener Okay, wo fehlt noch jemand? Hier rennen gerade ein paar Pferde herrenlos umher Ähm Ähm So Shit Shit Ja, ja, ja Geh auf das Pferd Ja, ja, ja Geil Hat doch wunderbar geklappt Ja, ja So So Wuhu Wow Wow Halt, halt, halt Nein Ach Gott Das sagt mal einer Frauen können nicht einparken Ich kann es auch nicht mit dem Pferd Junge Wo sind die alle jetzt hin? Wie sie immer rumbrüllen Wuhu So, bekommen wir eigentlich eine Belohnung Ähm Bla 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 Okay, wir nehmen auf jeden Fall das ja mit, weil wir Nahrung brauchen Ich plündere die jetzt einfach mal aus Ich meine, ja, wir können es gut gebrauchen Und wir rekrutieren hier einen Freiwilligen Und gehen weiter Wir ziehen weiter nach Yalen dort hinten mal Ich weiß noch Oh, ne, ne, die da hinten hole ich mir noch Diese Deserteure, ne, Plünderer sind das Äh, ich hab hier 3,9 Und die Wieso sind die Ich bin mit dem Hallo, hol sie dir Hol sie dir, Junge Schnapp sie dir Auf geht's Wir farmen jetzt nämlich ein bisschen Egg Whip Also, beziehungsweise wir farmen ein bisschen Geld Und ja Der Himmel ist so geil in dem Spiel, gell Wie in echt Ich nehme mal an Es ist wirklich ein echter Himmel So Auf geht's Wo führt uns das Ganze nur hin Oh, dort hinten kommen sie Pfeiler angelegt Und Wuhu Wuhu Ja, ich hab einen getroffen Wie geil Nochmal einen getroffen Scheiße Ja Und Bäm Ja, ich hab ihn getötet Mit dem Bogen Ah, ich hab ihn in den Bauch geschossen Ja Bäm Und Bäm Und Bäm Hallo, schieß mal Ja Ja, der ist tot Der ist tot Hallo Hilft mir mal jemand Alter Danke So Ja Hä, es fehlt noch jemand Da hinten Oh, das war gar nicht mal knapp Der Typ dort hinten noch Ähm Wow, ich krieg den noch Ich bringe ihn noch zu Fall Nein Ja Gekillt Wuhu Ich hab ihn getötet Ich hab ihn getötet So Was habt ihr denn alles bei euch Wupp, 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 wupp Die hier hat 10 Die hat 24 Und die hier hat Äh Hä Dann machen wir das hier weg Und ziehen uns das Das hier an So Und schnappen uns gleich Die nächsten Bitte Oh, warte Wir befördern noch hier In Äh Fußsoldaten Ja Ist okay So Kommt, die 8 Schnappen wir uns auch noch Ja Genau deiner Meinung Oh, da hinten kommen sie Da hinten Ich hab sie schon gesehen Ich werd weiterhin mit dem Bogen kämpfen Weil Ich weiß nicht Das macht mir am meisten Spaß Und man soll ja auch das machen Was einem am meisten Spaß macht Wo kommen die jetzt her eigentlich Ach, da hinten Äh, geil Ich hab einen Kopfschuss gemacht Habt ihr das gesehen? Boah Oh, noch ein Kopfschuss Nein Aber, ja Getötet Ich hab den einen im Kopf getroffen Wie geil Ja Komm, komm, komm Den killste Komm, Mann Ja Der ist weg vom Fenster Ja Komm Nein Der soll sich nicht bewegen Ja Getötet Nice Sehr nice Sehr nice Nein Nein Ich hab meinen eigenen Soldat getroffen Da hinten ist noch einer Da hinten ist noch einer Verdammt Komm, komm, komm Ich bin Legolas Juhu Sehr nice Was habt ihr denn alles dabei? Oh, das gibt schon ein bisschen Geld Würde ich mal sagen So, dann gehen wir mal nach Jalen Oder Jalen Oder Whatever Äh, wenn uns hier noch ein paar Leute über den Weg latschen Ne Werde ich mich mal Ähm, ja Wie soll ich sagen Um die kümmern Aber jetzt erstmal nach Jalen Und dann schauen wir uns das ganze mal an Wir gehen mal zur Schenke Ach ja, verkaufen wollte ich Nein Erst Marktplatz Dann hier der Rüstungshändler Oh, oh, oh Verkaufen Zack 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 So, dann gehen wir zum Waffenhändler Und machen Zack 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 So, und dann gehen wir noch zum Warenhändler Zack Oh Hier bekommt man so viel Dinare Geil Äh, okay, okay Gibt es noch was zu verkaufen Ne, das hier Wobei, das Mehl brauche ich nicht wirklich Und das Ja, das Mehl behalte ich mal Und die Wollkappe Ach komm Scheiß drauf jetzt Ähm Gehen wir zur Schenke Trotzdem mal Hier haben wir Wachmänner Mit denen reden wir mal Oha Okay, die zwei nehmen wir mit Ähm Was Lösegeldvermittler Deschawi Das ist ein Bogenschütze Bogenschütze So Ähm Bla, bla Ich kann keine weiteren Kräfte aufnehmen Wie geil Okay Dann werden wir jetzt zurückgehen Und Richt Nein, nein, nein Äh Waren Okay Wir haben 500 Dinare Das heißt Wir kaufen uns ein bisschen Äh Hier Schweinefleisch ein Ich hoffe Ich habe keine Muslimen an Bord Und ich schnapp mir hier noch Dörrfleisch Weil ich möchte ja nicht, dass meine Leute hier hungern Ach, gehen wir mal noch zur Burg Ich würde mich nämlich gerne irgendwo anschließen Fürsten sind es Ah, Dostumkan Hallo Mein Name laut Bastor Ich dachte Keine Art Rick Würde von Blablabla Und ich sind Brüder Und so weiter Und so fort Äh Oha Äh Okay Wir könnten Den einen Typ verraten Und sozusagen Rebellen Dings bilden Aber dazu müssen wir erstmal ein bisschen ansteigen Schauen wir uns hier noch ein bisschen um Äh Noch ein bisschen Sachen farben Wir sind gerade im Königreich Rodox Oder wie auch Eva das heißt Ähm Gehen wir mal nach Jelkala Wir merken uns auf jeden Fall Jalen Ich werde mich jetzt erstmal Denke ich Irgendeinem Reich anschließen Ich werde Denke auf jeden Fall Ich werde Dieses Äh Kanat Caregit nennen Äh Nehmen Wo ist mein Typ Soli Und da ist er So Auf geht's Mit 28 Mann rennen wir gerade rum Der Wohlstand von Blah Hat sich Blah geändert Nice Okay Äh Wir brauchen Quest Ja ne ne quest will ich jetzt nicht Oh das hier ist die geilste Burg ever Die zeige ich euch mal Ne die zeige ich euch noch nicht Die werde ich als allererstes einnehmen Wenn ich ein Rebell bin Weil die ist so geil Wenn es die ist Ich kann es euch mal ganz einfach zeigen Ich gehe mal hin Wenn es wirklich die ist Äh Bitte zum Einlass Weiter Wir gehen mal hier An den Spaziergang Durch den Hof Achtung Hier Ja Das ist die Burg Die ist nämlich so geil Zu verteidigen Einzunehmen ist es schwierig Aber Zu verteidigen Einfach nur göttlich Nur dort vorne Gibt es einen Eingang Und die liegt so am Berg Dass man Ja Also die ist einfach nur geil Diese Burg Die gefällt mir auf jeden Fall Richtig gut Machen wir mal hier Das da Ein schönerer Ausblick Wie sieht es eigentlich aus Ah ok Ich versuche jetzt mal In der Ego Perspektive Zu spielen Aha Ok So Nice So Ich gehe mal hier wieder Weiter weg Ich suche doch irgendwo Banditen man Irgendwo brauche ich Ein Bandit Ich hoffe Dass ich jetzt mal In der nächsten Folge Etwas gescheites finde Und so Ach komm Die hier können wir mal angreifen Ich heiße Blabla Soll man sich mal angreifen Das wäre Ich gebe euch die Gelegenheit So soll ich wirklich mal Mit denen kämpfen Nein 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 Machen wir nicht Oder Machen wir es in der nächsten Folge Wir werden es sehen Bis dann Euer Basti Ciao Ciao